Münster, die Hauptstadt des antifaschistischen Widerstands. Es ist für mich zur Zeit, auf die Straße zu gehen. Gegen Rassismus, gegen rechte Hetze, gegen Antisemitismus, gegen Massendiportation und unsere Unabhängigkeit. Gegen die AfD. Also, hi. Hi, der Guido von DUNAZ hier. Ich wollte nur sagen, dass es ganz klar ist, dass wir ein Zeichen setzen. Und geil, dass so viele Leute hier sind. Wirklich keinen Zentimeter für die Wichser. Wirklich. Fick die.